aus dem Chat jetzt mal hier sagen. Ja, dass du direkt schon rein startest und ein bisschen übst. Ich hab das jahrelang die Scheiße nicht gespielt. Ich hab gar nicht, ich hab wirklich nur kurz geguckt, ob meine Hotkeys funktionieren. Der Klassiker. Wirklich. Nee, ohne Scheiß. Ich hab Nürburgring gemacht gerade die ganze Zeit. Ich hab wirklich einmal reingeguckt und Nürburgring, was ist das für eine Karte? Was für eine Map? Das ist mit dieser Viper-Karre da, die man mit dem... Wie heißt das? Oh, das wär auch geil. Kennst du den auswendig, den Cheat noch? How do you turn this on? How do you turn this on, genau. Sag mal, willst du mal hier in die Laub... Ich lad dich jetzt mal bei Freunden ein, bei Steam, ne? Ja. So weißt du mal mit Michi, warte mal. Warte mal einfach kurz ab. Ich glaub, du müsstest dann gleich was bekommen. Guck mal, Marco ist auch da. Hier, Mr. Point, du bist aber bei mir als offline. Oh, Moment. Ich glaub, du musst eventuell Weißt du, das Geile ist, ich guck jetzt in den Chat, ne, und ich seh jetzt schon den ersten Smiley bei mir, wenn's so um sowas geht, ne, mit Ja, du bist offline. Ich glaub, weißt du so, das dauert wieder eine halbe Stunde, sag ich, bis wir uns auf dem Treffen. Oh Mann, oh Mann. Online-Status ist egal. Ich hab gestern schon Schlacht und Mittelerde wieder gespielt, also die ganzen RTS-Sachen guck ich mir gerade wieder an. Ja. Ich hab lustigerweise gestern Nacht zum Einschlafen Herr der Ringe 1 geguckt, nochmal. Oh, sehr gut. Bis wohin? Oder hast du da eine bestimmte Stelle, was du dann guckst? Ich bin ungefähr dahin gekommen, wo, ähm, Dingens, wie heißt der nochmal, Samwise, Gamchi da stehen bleibt und sagt, wenn ich noch einen Schritt gehe, bin ich so weit weg von zu Hause, wie ich noch niemals war. Das war aber noch nicht so lang geguckt, oder? Ja, ich war müde. Oh Gott, die Einladung war da, jetzt ist es plötzlich wieder weg. Okay, ich mach erneut senden. Akzeptieren. Ach, du hast akzeptiert. Ah ja, geil, du bist ja drin. Haha. Ja, Leute, was habt ihr denn gedacht? Jetzt eine halbe Stunde, dass wir es nicht schaffen? Ja, wir sind... Zwei Minuten. Ja, ich... Bei dir ist es auch so, oder? Du hast ja so eine ziemlich ähnliche Sneaky-Community, hab ich das Gefühl. Die haben, die hoffen eigentlich drauf, dass es nicht klappt, ne? Bei dir ist es auch so, ne? Das ist immer so. Die hoffen so ein bisschen, die holen sich das Popcorn und so und dann ist es immer so, guck mal, eine halbe Stunde schaffen die es bestimmt jetzt nicht. Nee, nee, wir wird gezockt auf hohem Niveau. Wie machen wir das jetzt? Willst du währenddessen schnacken oder wollen wir leise sein? Ich würde sagen, also mein Vorschlag wäre, dass wir uns hier, dass wir auf jeden Fall hier auflegen und wir halt sozusagen mit unserem Chat halt reden, was wir machen. Oder willst du nebenher? Also mit Chat kann der Chat ja quasi sagen, hallo, da kommt, hier ist ein Tower Rush oder so. Willst du ein Tower Rush machen oder was? Wenn der Chat das sagt. Also willst du die Verbindung offen halten? Also ich würde entweder ohne Chat oder wir quatschen dabei mit Chat und allem. Oder wir können einmal random einfach so easy zum Reinkommen machen und dann mal ein ernsthaftes ohne Chat und alles. Okay, dann machen wir das doch zum, also lassen wir alles jetzt offen, einfach wie es ist. und dann mache ich, soll man mit zufälligen Völkern spielen? Äh, ja. Oh nee, nee, nachher kommt da irgendein von den Neuen. Ja, die habe ich aber auch nicht. Die geht gar nicht, glaube ich dann. Geht das nicht? Wann, ich gucke mal gerade was. Doch, nee, doch nicht. Ja, aber auch schon die Litauer und Kumanen, die sind mir auch schon alle suspekt. Okay, dann nehmen wir doch gute alte Franken gegen Briten oder sowas, oder? Also okay, dann nehme ich. Ich muss ja eigentlich eine von den Miso-Völkern war ich ja immer, ne? Ja, kannst du machen. Komm, dann mache ich mal den guten alten Maya. Den guten alten Maya. Du hast doch immer Inka früher gemacht. Ja, dann bin ich irgendwann, ja, stimmt. Gut, was ist denn gut gegen Maya? Ja, ähm ... So fängst du jetzt schon an. Naja, klar. Was glaubst du denn? Spanier. Ich nenne die Spanier. Dann haben wir ... Ja, und die Settings sind, glaube ich, auch okay. Ja, dann würde ich sagen ... Dann fangen wir an, hä? Was haben wir da alles? KI-Schwierig, äh, Standard. Cheats zulassen hab ich an. Ja? Was, glaub ich? Nein, nein, ich hab's ausgemacht. Muss ich irgendwas machen? Ach so, ich bin bereit. Okay, geil. Dann, äh, GLHF, ne? Ach so, wir müssen Teams noch machen. Warte, sagen die Leute. Warum muss man das überhaupt machen? Das ist sofort doof. Du musst jetzt ... Du zweit spielt? Naja, du musst bei dem Team eins ... Oder meinen die jetzt einfach nur wegen Running Gag? Ja, es ist auch ... Ja, ich glaub, das ist echt ein Running Gag. Das muss man gar nicht machen, ne? Glaub auch nicht. Okay, HF. Ich muss mir das erst mal angucken. Wo starte ich denn? Habe ich ein Dorfzentrum? Ja. Wo muss ich hin? So. Also, Maya. Nimm schon mal einen guten Sound. Konstruieren. Wichtig ist, dass du halt die erforscht, ne? Also, dass du dieses ... Was so dunkel ist, dass du da quasi scoutest. Scheiße, die Musik ist richtig laut hier gerade. Hast du echt die Musik an? Oh Gott. Momentchen mal. Ich muss mal eben auf euch zogen. Soll ich Pause machen für dich kurz? Ja? Ja, stopp, stopp. Ich hab pausiert. Das war alles auf 50 Prozent. Ich hatte auch am Anfang, als ich gestartet hab, ähm, diesen Fehler, dass alles mir vorgelesen wurde. Also, egal was ich mache, hat die alles vorgelesen. Wie? Irgendwie für ... Sehbehinderte oder sowas. Ach so, okay. Sie werden angegriffen. Barrierefrei. Punkt Button, ja. Nice. Okay, okay, ich kann weitergehen. Okay, dann, ähm, okay. Servidol. So, jetzt ... Servidol. Servidol, Mara. Sagen die das? Servidol. Spanisch. Heißt ... Mach hinne. Konstruir. Konstruir. Wie geht's Rikon? Den wird's sehr gut. Was ist mit dem vorhin spazieren, ja? Ja. Ich will auch ... Servidola. Du willst auch nun? Ich will Rikon. Komm, ist den schon mal nicht mal. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der hat ja auch schon mal, als du ... Was? ... als du nicht da warst, saß der ja auch manchmal bei dir beim Platz. Oh. Ich finde die anderen Schafe nicht, was muss für ein Scheiße. Hat mich aber auch ungefähr eine Million Euro in Maiswaffeln gekauft, gekostet. Ich hab die falsche Woodline genommen, naja. Hm. Servidol. Da, 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 da. Ich hab das ganz, ganz früher mit meinem Vater, mit meinem Bruder immer zusammengespielt. Ja, ich krieg das ja an, das hast du mir damals erzählt, das weiß ich nicht. Ja, es war wirklich ein Spiel, ging über fünf, sechs Stunden. Und wir haben auch die ganze Zeit Cheats gemacht. Und ich weiß nicht, wie man das über so viele Stunden mit Cheats dann auch noch ... Ja, so die chillige Variante hat. Ich kenn das auch, ich hab früher auch so gespielt. Dunkler Wald halt, hat man viel gespielt, ne? Ja. Scheiße, jetzt haben die das Schaf angeknuspert. Ja, was ist denn das jetzt? Servidol. Ja, ich hab hier auf jeden Fall auszusehen Schaf angeknuspert, das wollte ich gar nicht. Buscar, Buscar. 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 Si? Servidora? Servidora? Buscar. Ich vergesse immer Dorfswohner zu bauen. Presto, oder? Dalat! Dalat! Presto! Presto! Mande! Katar! Hm? Si? Katar! Das ist jetzt dumm. Hat der einen Stein gefunden? Ne, warte mal. Da ist es. Mande? Degrado. Ne, hier ist der Ende. Ah, aber Loom hast du schon gemacht. Klar muss ich ja mit Mario. Ach so, stimmt. Ja, jetzt, an sowas kannst du dich erinnern, oder was? Naja, die Mesovölker sind nur das einzige, was ich gespielt hab. Und Inka hatte am Anfang, am Anfang noch so ein Lama. Ja, genau. Azteken. Und nicht schon. Und dann mal vier. Mande! Katar! Wie stehst du denn da so rum? Oh nein, jetzt kommt aber nicht irgendeine Scheiße. Oh nein, jetzt kommt doch irgendeine Scheiße. Irgendeine Scheiße. Ich chill einfach hier rum. Willst du da was bauen? Das ist dumm. Ah, jetzt bin ich abgelenkt, voll so ne Scheiße lenkt mich schon ab. Ah, oh! Oh, oder auch merksam hier, komm. Wenn ich irgend das treffen würde. Ey, was macht ihr? Hätst du doch ganz gut aus bei dir ne, Base? Jetzt habe ich das Falsche gebaut, weil du mich abgelenkt hast. Was hast du gebaut? Ich habe ein Holzfällerlager an Stein gebaut. Ah, das will ich sehen. Ein Holzfällerlager? Ja, jetzt habe ich es gerade wieder abgerissen. Achso. Okay, Alter. Muss ich auch mal aufräumen hier. Oh, ich habe wieder nichts. Jetzt passt es doch. Guck mal, ein Doubt-Mining-Camp nennt man das, glaube ich. Ja? So, aber schnell mit der Reaktion. Mike Tyson, Alter. Preis gemacht. Aber die machen das automatisch. Was denn? Ich habe gerade eine von deinen Frauen da angegriffen und die hat sofort zurückgesteilt. So, als wärst du The Viper. Ja, also entweder hat sie es automatisch gemacht oder ich bin The Viper. Hast du die außen? Ich habe es jetzt automatisch gemacht. Wir können auch danach einfach auf dunklen Wald einmal spielen, ne? Ja, aber es sollte immer ein bisschen länger, oder? Ja, aber es ist chillig. Konstruidor. Mande? Servidor. Konstruid. Wenn Sie markt, wird schon gefordert. Sih. Konstrui. Mande? Ja, schon das zweite Holzförderlager. Interessant, interessant. Das war jetzt nicht das falsche Bauen. Mande? Ich bin jetzt schon wieder. Timing war gut für mich. Haust. Haust. Gehst du schon auf Stein oder so? Gehst du mal weg mit deinem Pferdegestall? Das ist ein Scouter, ich guck an, was du machst. Der ist dafür gemacht. Scheiße. Das ist eine Definition von dieser Einheit. Marco, wäre stolz auf mich, dass ich da so aktiv bin. Oh, was? Das ist ein bisschen viel auf Berries, kann das sein? Du spielst wie die KI. Du spielst ein bisschen wie die KI. Hat er gesagt, du musst erst mal wieder reinkommen. Ja, aber ist lustig. KI-Mara incoming. Wer habe ich denn hier überhaupt? Ich werde die Hotkieße checken. Presto. Servidora? Construir. Liiiiii. Servidora? Degrado. Construir. Construir. Presto. Was hast du jetzt mitmeist? Ja, na gut. Was ist das denn jetzt? Das geht jetzt aber nicht. Ich. Bleib doch mal da irgendwo. Ja, na gut. Ja, na gut. Ja, na gut. Äh, na gut. Ähm. Construir, Construir. Mande, salar, salar. Servidora. Mande, Degrado. Construir. Sch. Mhh. Vom. Vom. Bleibe. Jaja. Also passt das, sieht doch gut aus. Sie? Eskabar. kein blöden pipsmann musste kaserne bauen jetzt nicht vorgesehen in meinem plan ach komm das ist doch jetzt schon alles weird was hier gebaut hat man de degrado construir Mande. Construir. Mande. Construir. Black, excavar. Construir. A talar. Ups. Mande. A talar. Wo sind denn alle? Wo sind denn alle? Wirklich, das ist schon GG, weil ich kann nichts mehr machen. Ich habe keine Kaserne gebaut. Ja? Musst du wissen. Ja, ne, ich muss nochmal neu machen. Also GG, oder? Hast du das? Ja. Okay, GG. Das war nicht gelogen, dass ich das jahrelang nicht gespielt habe. War nicht so hart. Nee, sorry. Ja, keine Ahnung, aber war doch ... Ja, ist halt doof mit der Kaserne auf jeden Fall. Aber, äh ... Nee, ich ... Ey, ich meine es auch gar nicht tatsächlich jetzt grad so ironisch-witzig oder so. Ist halt echt scheiße. Keine Ahnung, aber wir machen einfach noch eins, oder? Ja, machen wir noch eins. Willst du noch mal so ein richtig ... Wir können noch einmal Arena spielen. Da hat man ja die Mauern von vornherein. Da kannst du eigentlich in Ruhe aufbauen, sozusagen. Ja, mach das. Ja. Dann machen wir das doch. Lässt du mich wieder ein? Ja, genau. Ich hab nämlich vorhin auch schon überlegt, dass Arena vielleicht ganz cool ist für uns, weil da ... Das kennst du ja, ne, mit diesen Steinmauern. Ja. Da geht's aber tatsächlich, ich sag's trotzdem dazu, so ein bisschen um diese Reliquien. Die sind da so mitten auf der Map überall, ne? Das sind so fünf Stück. Und, ähm ... Man kann meistens eigentlich bei der Map so bis Ritterzeit gehen und irgendwann Imp halt. Und dann geht's da eigentlich schon um diese Reliquien, ne? Also, vielleicht guckst du mal, dass du am Anfang auch mal einen Scout oder so baust oder einen Mönch in der Ritterzeit, der versuchst, die Reliquien zu holen, so. Das würde ich noch dazu ... Scout hab ich doch eh. Hm? Scout hab ich doch eh, oder nicht? Ja, ja, genau. Vielleicht musst du ein, zwei bauen, weil die ... ähm ... ich mach's ja auch. Ich werd versuchen, da auch die ... So, noch mal extra Scouts oder was? Ja, ja, genau. Ist so ne ... so ne typische Taktik. Marco sagt, wer hätte das gedacht? Okay, äh ... ich hab ... warum haben wir eigentlich Marco nicht dabei? Ich war selber grad ... war vorhin ein bisschen unangenehm fast. Wir haben den ... warum haben wir den eigentlich nicht gefragt? Ja, das siehst du doch, weil ich das überhaupt noch nicht gespielt hab und einfach nur mal ein bisschen reinkommen. Ah, okay, stimmt. Stimmt, das hattest du tatsächlich gesagt. Jetzt hab ich ... oh, Mann, ich bin jetzt so dumm, wenn ... aber vorhin hab ich das ... hab ich das Argument nicht mehr gehabt. Dann war ich voll so gestammelt. Ey, wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich nicht mögen, hab ich gesagt. Ja, das auch. Ja, das auch. So, warte. Ähm ... Spiel hosten. Genau, ich nenn das gleich alles. Dann mach ich kurz mal ... gleiches Passwort, oder was war's? Du musst, glaub ich, gar keins eingeben. Ach so, stimmt, du musst gar keins eingeben. Aber ich mach trotzdem eins rein. Okay. Und wir laden ein. Mal, mal, mal. Aber cool zu wissen, dass es geht, ohne dass hier offline steht. Ich dachte immer, wenn da offline steht, kann man hier einladen. Ich glaub, ich bleib jetzt einfach bei einem, was ich gespielt hab. So ... Kam bei was? Was? Kam was bei dir? Schon. Ah, du bist schon drin. Ah ja, okay. Ich bin schon da, ja. Okay. Ähm ... Okay, nimmst du wieder Maya? Ich würd, glaub ich, ein anderes Volk nehmen. Ähm ... Äh ... Ach, just for fun. Die Goten. Ich glaub, Türken sind grade voll gut auf ... äh ... äh ... Arena. Aber keine Ahnung. Okay, warte, Arabien. Machen wir einmal zu ... Arena. Es gibt da noch ... Ah, es gibt da auch Dings, das ist auch gut. Hideouts ist, glaub ich, auch ganz gut für uns. Mach mal, äh, Arena. Dann kannst du noch mal diesen Bild üben. Willst du da noch mal Tipps oder was, wie das noch mal am Anfang läuft? Ja, aber ich hatte ... Ich weiß gar nicht, ob, ähm, in dem typischen Maya-Bild so eine Kaserne mit dabei ist. Naja, Kaserne ist ja quasi ... Das ist ja dann ... Plumed Archern. Genau, da geht's ... Achso, genau. Also, Kaserne musst du ja quasi immer bauen. Nee, Plumed Archer ist ja aus ... Bei dem Bild nicht. Genau, ist ja aus der Burg. Da brauchst du eigentlich keine Kaserne. Aber ich würd dir schon empfehlen, irgendwie eine Kaserne zu bauen. Weil sonst kannst du ja keine Schießanlagen und keine ... Äh ... Stimmt, Stelle hast du ja eh nicht. Naja, stimmt. Hast du auch Teams gemacht hier. Okay, ähm ... Ah, wenn die Leute das haben wollen. Ja, stimmt auch wieder. Okay, dann, äh, geht's los. Ich glaub, hier kommt's halt auch so ein Fast Castle an. Den kann ich nämlich auch nicht mehr gut. Wollen wir mal gucken, wie ich mich schon schnell hinkrieg. Was war noch mal gut? Und die schießen irgendwie, glaub ich, den Bohr gleich ab. Buhwere. Oder so. Buhwere. Ich glaub, Schweinchen. Toll. Jaaa. Ziegen oder was ist das? Ne, das sind Schweine. Und ein Bock. Jaaa. Und ein Steinbock. Ach, ich dachte wir haben immer das selbe. Und ein Schweine auch. Schweine auch. Und ein Steinbock. Jaaa. Ja, die kommt man nicht an. Da hat man meistens vier oder drei davon. Oh, ich trau mich nicht hier ans CC zu schubsen. Nee, verkack ich immer. Versuch's bleiben. Oh Gott. Die Pro-Moves machst du? Jaaa. Ich weiß nicht, aber ich... Ja, ich versuch das manchmal, aber dann verkack ich's eigentlich doch. Hm, komische Woodlines hier. Jaaa. Jaaa. Sucher. Heya. Sucher. Heya. Heya. Ach so. Ich muss sie wieder einschicken. Heisse? Ouvere. Bereite. Heisse. Sucher. Cool, ich hatte alles schon drin hier. Das ist vielleicht neu, vielleicht haben die das neu gemacht. Manchmal sind auch so einzelne Schafe oder sind dann so draußen. Ich glaube, das war schon immer bei mir so, wenn da sofort am Anfang schnell jemand mit dem Scout Rush kommt, da bin ich schon gekillt. Ja, zwar, ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt, aber ich wollte auch so ein bisschen das auch nochmal ausprobieren, ehrlich gesagt. Und klar, wenn du gar nicht wallst und so, dann ist es dann schon ziemlich GG, ja auf jeden Fall, schon echt ein probates Mittel. Scout Rush habe ich früher auch nie gemacht eigentlich. Oh, das war knapp, ey. Ja, ich habe es fast verkackt gerade. Kann der nicht hier rausgehen? Kommst du nicht raus? Ich muss raus! Ich muss raus! Kennst du den? Ja, den du bist. Jäger, 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 weh? So, nochmal hier. Normal baut man nochmal Felder hier bei der Schuze, das ist auch nicht so. Hey, Jäger, Jäger, weh? Yes. Nächster Zeitalter oder so? Hey, Jäger, Jäger, weh? Ja, ich glaube, bei Passkasse macht man schon Dark-Age-Felder, oder? Ja, ich glaube, bei Passkasse macht man schon Dark-Age-Felder, oder? Ja, Holzer, 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 Holzer. Jäger. Jäger, Jäger. Jah, Jäger, jäger, jäger. Hey, ja, Jäger, ja. Jäger, Jäger, ja. So. Jäger, ja. Bereite, Jäger, ja. Das ist eine scheiß Woodline hier. Das ist hier. Okay. Ah! Ups! Ja! Holzer! Hm. Ich hab'n Ausvergessen. Mann, ich vergesse immer Häuser. Ja, ich wär' Huhnen was. Hab' ich auch schon mal überlegt. Wie ging Loom so schnell grade? Ist das so'n Golden-Bonus? Ey, mein, Loom war grad so 100 Kilometer pro Stunde. Das ging voll ab! Was war das denn? Ich hab' Loom gedrückt, dann war das in einer Sekunde fertig. Ich glaub schon, ich muss mal nachher mal gucken. Ich glaub, das ist ein Bonus. Ey, wie ich auch einfach eben das Holzfällerlager am Stein gemacht habe. Ich hab' nur mit einem weißigen Speer aufgebracht. Der Klassiker. Steht der denn jetzt? Der baut ja den Offensivmarkt. Das war auch legendär damals. War ja ich gegen dich, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, doch. Das war ich. Da warst du beim Saft. Da warst du gut. Ja, das kann gut sein. Und da hab' ich, ähm, dann war das Spiel recht knapp. Und dann hab' ich das gemacht. Aber gar nicht mit Absicht, sondern ich hatte halt Dorfgewohner vorne. Und ich hab' die halt irgendwas machen lassen wollen. Und dann hat Marco gesagt, da baut er den Offensivmarkt. So, was machen die denn mal? Oh. Das weiß ich immer nicht. Gehe ich jetzt... Ist das okay? Ich soll das scheiß Holzlager gefunden haben. Weiß ich immer nicht, wenn man diese Dears pusht. Aber dann hab' ich ja trotzdem... Ich weiß eigentlich, ich bin grad dumm, die hast du mir gerade selber beantwortet. Macht man erst die... Aber man, ich hab' den Bild verkackt. Ich bin grad... Ah! Überall! Irgendwo! Ich bin ständig raus. Oh! Was denn? Ich muss öfter mal diesen, ähm, Key machen, ob jemand idle ist. Ist mir immer wieder angewöhnt. Achso, ja, ich hab' den auf Mausrad hochdrücken. Ja, ich auch. Muss man nur machen. Ja, ich mach das automatisch. Ich hab so richtig... Jaja, ich hab's wie atmen bei mir. Ich denk' da gar nicht drüber nach. Hey, Seth. Wo wäre... Hey, ja? 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 Sechs? Ja? 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 Ich hab's so einigermaßen gerettet hier. Ja? 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 Okay, jetzt muss ich... Gibt ja auch Autoscout mittlerweile, das gab's bei uns früher nicht, kennst du das? Lustig, grad, wo ich's sag, hat's jemand im Chat geschrieben. Das ist doch ein so chilliges Spiel jetzt wie früher. Jeder macht so ein bisschen... Eigentlich müsste man alles noch so achsensymmetrisch bauen und so. Ja? Hattest du das gemacht früher, oder was? Ja, ich hab's immer wie SimCity gespielt. Voll die schönen Dörfer gebaut. Hab ich das gemacht? Weiß ich gar nicht. Ja. Ich hab auch dann immer so mir vorgestellt, wo mein Haus ist und so. Echt? Ja. Irgendwie niedlich. Ja, boah. Cool, ja. Ich muss doch ja noch ein Haus bauen, ey. Autos, wie geht das nochmal? Autos? Okay. So, eine Sorge weniger. Uwere. 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 Ja. Uwere. Wo geht man jetzt mit denen hin auf Korrel? Uwere. 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 Wann macht man jetzt eigentlich diese fucking Upgrades? Weiß ich immer nie. Diese Wirtschafts-Upgrades. Uwere. Weiß ich immer nie. Was macht man das jetzt? Uwere. 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 Wir haben ja dieses Herr der Ringe-Spiel spielen. Ist das geil? Oh ja, das ist geil. Uwere. 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 Oh, guck dir da an! Ja, was ist denn jetzt los? Guten Morgen! Beuten! Ja, scheiße, was geht denn jetzt? Da war schon ein Blumentatscher. Dammit! Oh, Mann, das geht ab, scheiße! Ich hab noch keine Kaserne. Da dreht sich das jetzt mal um. Oh, da war es ja ganz still. Ja, wenn ich... Ja, ist gut, ist gut. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's aber keine halben Sachen mehr, Freunde. Ich frag mich grad, was ich gegen die baue, gegen Blumen. Hatscher. Ja, das ist... Ja, hober. Ja, das ist... Buret Ich bin voll drin hier, ne? 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 Ja? 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 Boobere, Boobere, Boobere. Ja? Boobere. Na nix ist geil, es macht bock einfach gerade, ich bin gut drin. Walser, Walser, Walser. Du hast eigentlich Reliquen schon geholt, ne? Hast du mir doch geraten? Ja, ne, ja, guck! Oh Gott! Yes, Mann! Ritter Power! Yes! Ha 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 ha! Lord of the battlefield! Okay, nice. Ritter Power! 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 Nee, nee, ich hab's nur nen Gag gemacht. Boah. Wer ist das? Leute bauen, das vergesse ich immer. Leute bauen? Leute! Leute ist geil. Raus mit den Leuten. Ähm, wo ist denn hier noch Stein, Kollege? Ja. Warum hab ich das gelöscht? Oh oh. Kommt die Bock der TREE oder was? Juuu. Haha. Hey, ja. Huwere. Ja. Huwere. 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 Pace. Das ist so. Bereite. Ja. Pace. Pace. Sasser. Bereite. Huwere. Ja. Buwere. Huwere. Hey, ja. Huwere. Huwere. Oh oh. Hey, ja. Huwere. 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 Ja. Huwere. Heise. Ja. Keine Ahnung, was da drin ist. Heise. Heia. Huwere. 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 Heise. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Interessant. Bereit. Uwär. Hey, Sir. Uwär. Hey, ja. Uwär. 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 Hey, 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 hey. Uwär, hey. Hey, ja, Uwär. Ja, Uwär. Ja, Uwär. Ja, Uwär. Ja, Uwär. Bereit. Ja, Uwär. Hm. Hey, Sir. Ich bin so ein Stellbeidier irgendwie. Ja. Ja, Uwär. Die haben wir jetzt viel zu spät entwickelt. Hauwär. Ist mir aufgefallen. Ja, Hauwär. Uwär. Ja, wir sehen mal. Uwär. Nicht auf Erbohmen jetzt. Hauwär. Ja, ja, wir sehen mal. Hauwär. Ja, wir sehen mal. Hauwär. 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 Oh, Gott. Wenn ja? Hauwär. 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 Ah nee, warte. Oh, boh. Oh, boh. Oh, boh. puff puff hat 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 Herr Eruber ora passiert das che passiert das prototyp ja gewerender glaze Ja, so ist es! Der Spam ist real! Let's go! Hesse? Sesdurma! Hesse, Sesdurma! Ah fack! Hier die Block! Sind wir gut dagegen, oder nicht? Oh nein, der guten Spam! Bist du schon wieder gegen ihn? Nee, noch nicht. Schwertkämpfer sind gut gegen. Ja, richtig war. Aber das macht einfach Boxen. Ja, das ist jetzt, ja. Ja. Sehr schön, ey. Die sind einfach zu krank, Mann. Die haben aber noch nicht mal alle abgeholt. Scheiße, die sind richtig gut gegen so Hellebaden, oder? Ja, genau. Die sind schwach gegen Schwertkämpfer. Äh, Champions, also. Gut gegen alles? Nee, also gut gegen alles, was schießt halt. Sind die fast immun quasi. Die haben evil's Armor. Und sind halt schnell und nervig. Ja, AKG. GG! Oh, nicht schlecht. Ja, aber lustig. War gar nicht so eindeutig. Eigentlich, da waren ein paar Kämpfe. Wenn du da irgendwie, glaube ich, ein paar beste Upgrades hast oder so. Aber wenn du einmal so ein Gutten-Spam begonnen hat. Ja, dann wird's schwierig. Dann macht man nix mehr. Aber, ich sag's dir so, es macht so Bock. Aber wenn man's nicht richtig ... Die kommen nur so raus. Dann laufen ... Guck mal, wie die rumlatschen. Die sind zu verrückt. Ja, du musst noch auf, ähm, aufgeben. Ja. Was haben wir jetzt? Aber wir sind doch gut in der Zeit, ey. Waren wir doch noch irgendwie ... Ja, wir können noch ein bisschen was spielen. Äh ... Wir können auch, wenn das jetzt lame ist, wenn ich eh nicht so gut trainiert habe, können wir auch zu zweit irgendwas gegen irgendwas spielen. Ja. Das können wir machen. Vielleicht, ähm ... Ist Marco überhaupt noch da? Dass ich noch mal herablassen würde. Wenn Marco Bock hat? Sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob der spontan kann. Ich hab eben nur im Chat gelesen, er ist schwer am lästern. Dann wird das ja eigentlich mal angebracht. Ja, warte, ich guck auch gerade. Marco, bist du denn bei mir? Bei wem bist du denn, Marco? Ja. Wahrscheinlich ist er in beiden Chats. Nili ist auch da, aber ich glaub ... Ja, hier, Marco, hast du Bock? Du gegen mich und Mara? Hat er sogar eine gute Chance, so wie ich grad spiel. Ach was? Das war gar nicht so schlecht, Mara. Außer, du kommst ja voll schnell schon mit den Plumed Archers an und so. Ich glaub, da fehlt einfach nur so ein bisschen ... Du bist halt nicht im Saft. Und so ein bisschen die Upgrades und so. Leider gerade keine Zeit. Gerne mit mehr Vorlauf. Ja, okay. Sehr gerne.